Was geht Freunde? Wir sind immer noch auf der Gamescom. Ihr habt wahrscheinlich schon das erste Video gesehen. Das müsste gestern online gekommen sein. Heute ist das zweite Video und ich habe ein paar Packs in der Web App vorbereitet. Wir haben 84x10, also ein Bums. Und das Ganze werden wir heute von ein paar Leuten hier beim EAFC25 Stand öffnen lassen. Wir gucken mal, wen wir da so finden und einfach ein paar Packs aufmachen. Vielleicht, ich weiß nicht, ein Icon-Pick haben wir glaube ich auch noch. Schauen wir einfach mal. Ihr wollt euch eine von den kranken neuen Putti-Karten holen? Habt aber keine Münzen dafür? Dann checkt sehr, sehr gerne mal meinen Partner Lupa ab. Hier bekommt ihr wirklich die günstigsten EAFC25 Coins. Und mit meinem Code Fabio spart ihr sogar noch 8%. Und wenn ihr den maximalen Rabatt haben wollt, kauft ihr über den Link in meiner Beschreibung. Ich habe mir jetzt auch schon sehr, sehr oft Coins gekauft und diese immer innerhalb einer halben Stunde erhalten. Auch zu EAFC25 wird es natürlich wieder Coins bei Lupa geben. Also checkt das dann auf jeden Fall gerne wieder ab. Auch dann werde ich wieder Coins kaufen. Ihr habt hier auch immer einen 24-7 Live-Support, den ihr anschreiben könnt. Viele andere Creators wie Jank oder Enza benutzen auch ein Lootbar und sind sehr überzeugt davon. Also checkt sehr, sehr gerne Lootbar ab und vergesst nicht mit meinem Code Fabio und dem Link in der Beschreibung 8% zu sparen. Okay, wir haben den ersten hier und ich glaube, ich habe tatsächlich sogar einen Icon-Pick. Ich bin mir nicht, ne, ich glaube keinen Icon-Pick. Dann starten wir mit einem 84x10. Du kannst gerne öffnen. Oh, Leon Goretzka im ersten. Wir können eigentlich auch direkt zwei aufmachen. Spielst du selber FIFA? Ja. Auch dieses Jahr aktiv? Ja. Schade, schade, schade. Auch zur Footies-Zeit jetzt noch oder aufgehört? Ja, geht. Okay, zweites Pack machen wir auch noch auf. Das wird, glaube ich, wieder ein Totz. Ja, Oliver Giroux. Ich habe eben gar nicht geguckt, was dahinter war. Aber diesmal ist leider auch nichts dahinter. Okay, schade. Gut, ich danke dir fürs Mitmachen. Und wir gucken mal nach dem nächsten Mal. Also, du trennst dich aus, du weißt nicht, hast du ein bisschen... Nee, habe ich nicht gespielt. Aber kannst du auch Spieler, genau, auch einlösen. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt. Und 95 plus? Ja. Uh, damn, 97. Ist okay, ist okay, kann man mitnehmen. Ja. Du kannst auch hier noch einen Pack öffnen. Ja, gerne. Hast du ein bisschen reingecatcht, doch. Ja, nee, Pack ist vorbereitet. Man kann ja jetzt am Ende viel so machen. Ach, geil. Einfach eins davon. So. Ja, dahinter kann aber noch was sein. Ah. Leider nix mehr. Tut mir leid. Aber vielen Dank, bis mitmachen. Hallo, hallo, test, test, test. Also, wir sind jetzt mit einem Cosplayer aus COD. Tom, wie heißt er genau? Ghost. Okay. So, ähm. Ich muss Englisch reden. Where did I go? Äh, öffnen. Thank you. Yes. Okay. You know FIFA? I do know football, but I don't know him. Yes. He is not so good, but we can open another one. Okay, nächstes Pack, das wird irgendwas Blaues. Aha, Rui Costa. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, nicht so gut, but thank you very much for taking part and nice cosplay. Also, wir sind jetzt noch mit Heisen, Benni und Tim und wir machen jetzt hier noch die letzten Packs auf. Ich weiß nicht, wie viele es noch sind. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Nehmt euch das Ganze. Ja, ich mach mal. Ich mach mal. Und jetzt kommt Waxlach, Kronz, Mark- und Heisenlach. Ja, mit Schwerchenko. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Du hast doch trotzdem 30K, oder? Ja, die sind alle nicht wert. Du hast auch 30K, das ist halt ein bisschen. Die Spiele sind cool, geil, aber leider nichts wert. Du, ich stoße die schon mal ab. Abgestoßen, Alter. Wer will als nächstes? Oh, ich habe ja nichts. Ja, okay. Den mal mit Mittelfinger. Hast du ein Mikro? Oder musst du laut reden? Hier ist auch Helmholtz. Ah, okay, okay. Mach das. Iiiiih, das schlechteste Back, das ich in meinem Leben gesehen habe. Schwer, 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 schwer. Hey, mit Tränen im Auge bei mir, ne? Ich sag, meins war besser, Bruder. Das ist das gleiche bei uns, ja, ne? 100%. Das alles ist lecker. Ich habe einen kleinen Finger. Oh, Foutis. Oh, Foutis ist Foutis. Foutis ist Foutis. Schade, schade, schade. Ist auch Duklikat. Auch, Samrotz und alles, ne? Ja, ja. Komm, jetzt mach noch ein Back, oder? Komm, ich mach auch noch eins. Dann muss ich im Jungberg auch noch diskaden, leider. Aber weg den Lacken. So, okay. Letztes Pack für das Video. Mit nochmal Trotz. Egal. Foutis Icon und Foutis gezogen. Schade. Ja, nix mehr. Ja. Okay, gut. Dann Dankeschön. Wir müssen das mitmachen. Gerne. Danke. Gerne, gerne. Das passt so. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt raus aus der Gamescope. Ich mache noch ein, zwei Packs zum Abschluss hier auf. Ihr seht's hier im Hintergrund. Kommt nochmal eine Icon. Gut, den Bums brauchen wir eigentlich nicht. Das können wir so einmal in den Verein mitnehmen. Und den Rest des Karten wir dann wieder. Dann noch ein 84x10. Wird wieder eine Icon. Das ist auch wirklich verquatscht. So, Rest des Karte ich wieder. Ja, dann war's das hiervon. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Wenn ja, sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Abo da lassen. Ich sag, das war echt cool. Paar Packs öffnen und so. Auch mit dem Yay-Mitarbeiter mit Tim, Danny und Heisen. Das hat schon gebockt. Also lasst Liebe da, Freunde. Gamescom, wir sind jetzt nur den einen Tag hier gewesen. Aber war's eigentlich cool. Und haut rein. Ciao, ciao. Doch, doch. WLN3